Hi, willkommen zu einer weiteren Folge Mission Diamond Reloaded. Ich spiele mal wieder Lux, gerade eben habe ich auch schon versucht ein Game aufzunehmen, das war ziemlich doof. Ich glaube, das werde ich mal wieder nicht hochladen, deswegen noch eins. Wir haben es nämlich verloren, das war sehr, sehr ärgerlich und das war immer wieder so ein Game, wo man sich denkt, wie anstrengend. Waren wieder Flamer dabei und dann war es unnötig lange und man hätte es eigentlich gewinnen können. Man hat es natürlich nicht gewonnen, weil irgendwie wurde lieber gestritten und sich die Haare gegenseitig ausgereist, als dass man zusammengesagt hat, okay, wir ziehen an einem Strang und wir gewinnen das. Aber egal, wir spielen jetzt einfach noch eins. Was ich im anderen Video, was ihr nie sehen werdet, denke ich zumindest, auch schon gesagt habe, ist, meine Haare sind wieder kurz. Er liegt daran, dass ich mir die Extensions raus habe machen lassen. Also ich hatte eine Haarverlängerung. Ich kann nicht reden, ich verschlucke die ganze Zeit irgendwelche Buchstaben. Naja, ich hatte auf jeden Fall eine Haarverlängerung und die habe ich mir jetzt raus machen lassen. Deswegen sind meine Haare wieder kurz. Oh Gott, ich sehe herab. Und ja, ich werde jetzt auch erstmal keine wieder rein machen, weil ich habe auf Instagram Posts gemacht. Also es ist, ja, es dauert alles so lange plötzlich, ne? Spicy Curry Mad. Hashtag, Hashtag Mad. Okay. Genau, das glaube ich, habe ich vorhin gesagt. Und achso, edotechnisch hat sich seit dem letzten Video auch nicht viel getan. Und ansonsten? Sonst noch irgendwas Spannendes? Ne, ich glaube nicht. Also ich habe zwar gespielt, ja. Aber edotechnisch hat sich einfach nichts getan. Ich weiß nicht. Ich verliere die Games. Au, au, au. Was ist denn im Jungle Jarvan? Bäh. Jarvans mag ich immer nicht, so muss ich ja sagen, ne? Finde ich immer eher anstrengend. Farmen sollte ich aber. So. Konzentration hier. Tja, unser Jungler könnte eigentlich mal auf die Toplane gehen, dann wenn Freakill durch den splittenden Singed. Aber gut. Oh, da bin ich jetzt voll reingelangt. Land, wand. Aber das ist, denke ich, okay. So, wieder die Tasten, ordentlich. Hm. Hm. Close. Hat auch den zweiten Halb... Ah, hat eine Stopwatch dabei. Okay. Okay, okay. Good to know. Gerade, weil ich geguckt habe. Und Heal hat auch noch dabei. Ja, was ein Schlaminer. Sterben möchte der so gar nicht. Sterben ist nicht so seine Sache. Aber ist ja auch okay. Wer möchte schon sterben? Niemand möchte sterben. Oh no. Oh no. Oh, Heal ist raus. Das ist gut. Heal und Flash hat er nicht mehr. Schön da unten, die zwei. Juhu. Es hat gereicht mit der Range. So, weg hier, sonst kommt der Jarvan und pikst mich. Wo war der denn gerade? War wohl vor kurzem zu sehen. Ach ja. Moin. Ich hätte einfach so tun sollen, als ob ich AFK bin. Und dann mit Barrier ihn baiten. Und dann hätte ich ihn vielleicht sogar töten können. Aber Barrier sind nur... Na, wollen die 200 hätten... Na. Es hätte klappen können. Aber man muss es ja nicht provozieren, ne? So, Lux, jetzt halte ich voll. Dann geht das alles wieder sehr gut. Und... Du, 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 du. Wanna back? BF. Oh ja. So ein BF, das kannst du ruhig holen. BFs sind immer gut. Ah. Voll lame. Das war ein schlechter E. Weiß nicht, wo er gerade ist. Keine Flasche und kein Lied übrigens gerade. Der Gute. Oh ja, Top Glendier, der ist jetzt ganz okay. Also, aber das ist ja immer so, wenn jemand Split pusht... Nicht Split pusht, wie heißt das denn? Splitten ist das nicht. Wie heißt das denn? Hier, ähm, ähm... Mir fällt das Wort gerade nicht ein. Hat er die alle bekommen? Ah, farmtechnisch sieht es gar nicht so schlecht aus. Tristana farmt mega gut irgendwie. Eine Farmmaschine sozusagen. Oh, was? Ah, ne, warte mal mit. Das juckt gerade. Sekunde. So. Fertig gekratzt. Nein. Das ist gott schön weit mit dem Stunting. Ja, Xerav ist der, den ihr mir empfohlen habt übrigens auch zu spielen. Ich denke, den werde ich auch mal ausprobieren. Aber ich weiß nicht, ob ich dafür nicht ein bisschen zu hektisch bin, weil... Ich finde ja immer, umso mehr Zeit die sich lassen mit dem W... Also ich weiß, du hast nicht unbegrenzt Zeit. Aber ebenso, umso mehr Zeit die sich lassen, umso, äh... Ne? Schwieriger wird es, das Ganze zu dododchen. Seinen Heal hat der ja wohl noch nicht wieder, oder? Ne. Puh. Puh. Ich bin hier ganz schön weit vorne, aber... Gott sei Dank grüßchen nach oben. Nicht mehr lang, aber noch ein bisschen. Toplane fand auch voll gut. Fein, fein. Okay. Oh lord, was war das denn? Was war das denn? Oh nein! Oh, war das schlecht. Hat keiner gesehen, oder? Nein, hat keiner gesehen. Sehr gut. Wollen wir eigentlich mal irgendwie ein Element machen? Ich bin gerade dabei, ein Element zu machen. Du kannst mich jetzt hier nicht... So geht das nicht. So geht das nicht. So, eigentlich... ...würde ich jetzt ganz gerne in the base. Ich weiß nicht, was es war, aber ich weiß, dass es schlecht war. Ui, 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 ui. Ja, Lucky Us auf jeden Fall. Das hatte nicht viel mit Skill zu tun. Aber wenn Lack zur Gewohnheit wird, nennt man es Skill. Vielleicht habe ich jetzt eine Glückssträhne, wer weiß das schon. Farbentechnisch ist auch okay. Tristana, junges Mädchen. Du machst das nicht schlecht. Naja, die dominieren ganz schön. Wahrscheinlich rückt der Blitzkrank nicht schlecht. Geht dann wieder einiges. Er will den Dicken, er will ihn. Coming! Ist das eine Shywanen im Blubuff-Upget? Achso, sie hat einen vom Jarwin. Na gut. Er gibt's ihn. Der ist halt base. Puh, ich habe irgendwie so langsam wieder Hunger. Wie spät ist es gerade? Ich glaube 1 oder so. Kleine Rauke, Nimmersatt in mir. Oh no. Jetzt hätten wir klüger machen können, wenn wir die alle kriegen können, tatsächlich. Egal. Oder oben. Der macht das gar nicht so schlecht mit dem Dotsworth. Ist es? Geht so. Es war ein 2 für 2 Trade. Zudem haben wir den Shutdown bekommen. Also es war nicht worth eigentlich. Eigentlich nicht, Platzibold. Aber es ist nett, dass du es versuchst aufzumuntern. Sehr nett von dir. So, den Tower sollte ich jetzt machen können. Na gut, okay. Vielleicht auch nicht. Irgendwie habe ich kein Dauer damit. Schade. Nichts. Hmm. Das ist schon wichtig. Okay. Hm, mit Ulti wäre es das geworden. Die habe ich ja sozusagen auch fast getroffen. Ash ist auch noch da. Wo schießt sie denn ihre Ulti hin? Schon okay, Ash. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Ich werde eigentlich in die Base entkaufen. Jetzt habe ich Sustana an meiner Seite auch in Ordnung. Ich hätte baiten können, aber war irgendwie niemand mit dir, für den ich hätte baiten. Aber es war dumm. Ich wusste, dass sie da steht mit dem Arrow. Hätte ich jetzt nicht so stehen, flashen für müssen. So. Wilp ist rausgepusht. Midlane ist Mist. Keine Ahnung, wo der sich rumtreibt. Irgendwo ist er schon. Ist mir bei Eilach gesagt auch ziemlich egal, wo der gerade ist. So. Rennen wir los. Tada. Sehr gut. Midlane ist halt auch Missachtung. Das ist okay. Über euch. Oh, was ist reingehaut? Was war das denn? Ich glaube, die wollte er da nicht hinmachen. Das war der böse Smartcast. Juhu, ein Blubaf. Juhu, ein Kill. Ein Double Kill. Juhu. Dankeschön, Team. Mein Minions. Tut mir leid, Tristana. Oh, ich hatte im letzten Game übrigens, weswegen ich nicht Lux gespielt habe, eine Lux Support in meinem Team. Also, die hat es schon nicht schlecht gemacht, aber ich sehe da einfach mehr Potenzial in der Mitte bei Luxor. Wenn man das so sagt. Was? Das war schon knapp jetzt hier. Wenn man das so sagen darf. Das war schon. Ich versuch's, aber ich bin da leider ein bisschen zu... Das war schon nicht schlecht. Also, das war schon. Okay. Das war schon. Das war's für heute. Das hätten wir cooler machen können tatsächlich, aber das ist schon okay. Da kann die Azure gar nicht so viel machen. Ich sollte bei Ace gehen, ich hab genug Gold. Niemand kommt. Wir sitzen ja alle umsatz. Juhu! It was worth. Ich kann beides kaufen. Oh, wie schön, ich hab viel zu viel Gold gerade. Ach, da war ein Ward drin. Ah ja, wir saßen auch im Ward, wie schön. Oh, das ist gerade erst reingestellt worden. Ah, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht mehr, ob er nicht sogar gesweepert hatte, der gute. Der Blitzkring ist mega gut mit seinen Hooks, der wird gehonored. Er ist Captain Hook. Ich trage mich mal nur, weil wir nicht mehr sieh. Jetzt bis jetzt, der Blitzkringen wird. Ich gehe jetzt auch an. Wir nehmen uns bei der�던 Beine. Es ist einfach nur mit dem Weg. Es ist hier nicht klar. Ach Gottchen, der Plan war so gut. Laser! Das sollte ich... solche Aktion sollte ich nicht überleben, das ist falsch. Das ist sehr falsch, sowas zu überleben ist nicht in Ordnung. Xerath lebt wieder. Was? Was? Wie soll der meinen König getroffen? Bin ein bisschen beleidigt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Definitiv beleidigt. Das ist ein gutes Game. Ich glaube, ich gehe erst auf Rabadons. Mehr Fähigkeit, stärker. Ich nehme mal den Dorf. Ich glaube, das ist in Ordnung, wenn ich das mache. Wehe, wir verlieren das noch. Oh, schön. Oh nein. Die arme Tristana. Die stand 4-1, jetzt steht sie für 3. Aber sie nimmt es mit Humor, das ist gut. Hi. Das ist gemein und witzig, aber gemein. Vor allen Dingen gemein. Oh, schön. Ich hab halt schon wieder Ulti gleich. Ist ein bisschen OP. Oh nein, die haben aufgegeben. Das hatten wir auch noch nicht, glaube ich. Zumindest nicht in irgendeiner Folge. Oh, ja, tanzt, oder? Ich glaube, es ist tanzen. Ist es tanzen gewesen? Ich glaube, die haben getanzt. GGWP, der Blitzybold, der wird geonnert. Das war ein guter, der wollte gar nicht supporten. Wieso nicht? Also in der Selection wollte er nicht. Er war so gut. Wow. WP, mein Freund. Sehr schön gemacht. GGWP. Schönes Game. Endlich mal ein sauberer Winter. Man sieht meine MR schon wieder schlechter. Ich kriege da noch 19 Pluspunkte. Das ist ziemlich bad. Das müssen wir ändern. Trotz alledem danke euch fürs Zugucken. Meine Haare sehen anders aus. Meine Haare sind kurz. Das sehe ich gerade nochmal, weil ich rüber gucke, um das Aufnahmeprogramm zu stoppen. Und ja, danke euch fürs Zugucken. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss. Tschüss.